So, dann müssen wir jetzt hier meine Felge umtopfen. Nehmen wir am besten eine Karotte. Eine Karotte. Die ist halt schon groß. Die kann man mal wieder anschauen. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Hier in den Straßen ist voll der Wurzeln. Das ist komplett das Wurzeln, dass die liebe Peretta nicht draus wollte. Aber jetzt kommt sie rein in den Topf.